Hey! Sie haben mir was zu essen geholt! Becker! Haha! Endlich essen! Halt mal, was ist das denn? Das Fleisch ist ja roh! Ich esse nie was rohs! Meine Frau kocht immer alles, bevor ich es esse! Oh Mann, das hatte ich ja total vergessen! Die Wächter der Reep haben meine Frau doch vor ein paar Tagen entführt! Mann, das mit Ihrer Frau tut uns leid! Aber wir suchen jemanden, der so aussieht wie wir! Haben Sie... Ach, was weiß ich! Ich kann bei leerem Magen nicht klar denken! Vielleicht hat meine Frau ihren Freund gesehen! Ich weiß nicht! Meine Frau wird Ihnen bestimmt helfen können! Bringen Sie sie nur schnell zurück, damit ich endlich futtern kann!